Na dann, oh, na, na, ja, dann schauen wir mal, ähm, ähm, äh, die Gelernt, ja, die Gelernt, ermitteln heißt Fehler oder Item suchen, ja, ich gebe mein Bestes, oh, äh, ja, genau, oh, cool, äh, cool, natürlich, ja, dann schauen wir gleich wegen Freunde, ja, dann tun wir da auch gleich an, Antworten, so, die, die, danke, man freut mich auf unsere Zusammenarbeit, klar doch, du kriegst Nachhinein von Digimon auf der Farm, du solltest darauf antworten, danke für die Meldung, gut, so, wir sind, du, du kommst vom PC aus dem Haupteingang von N, lock dich ein und leg, los, alles klar, danke, man kann sich auch ständig Sorgen machen, Okay, Digi-Line ist toll, für kurze Gespräche, mhm, verstanden, und nix, so, dann, zur nächsten Mission, ja, zur nächsten Mission, ja, zur nächsten Mission, Kurmon, oh, nice, kommst du mal drauf, also, ja, die Bäuer oder nicht, na, geh, komm, die Bäuer oder nicht, das ist ja was, ähm, ATL Mission, geschafft, genau, das haben wir erledigt, Für den Moment habe ich alle Fälle abgeschlossen, jetzt kann ich mich machen, was ich will, frag mich, was er ja so macht, ich werde mal bei hier vorbeischauen, Nee, das werden wir mal nicht, weil wir haben da noch zwei Missionen, dann können wir ja noch bei hier vorbeischauen, also, die Idee ist ein bisschen, So, ah, man hört wunderschöne Gesang, eh, aber ich weiß nicht, wer das singt, hilft mir, es herauszufinden, Waitley, okay, Ermittlung, Fall, angenommen, und wir kommen dann nach Eden, wo denn genau, Mrs. Die Sänger, ich finde, hm, was soll ich mal kontaktieren, ja, Definitiv, wieder mal den Klienten, hey, lächeln, Madame, Naja, Handyman hat mich hier, aber ich bin anführer, jo, jo, anführer, dass ich, ich bin anführer, Oh, ist schon, ich bin da noch was vor, oder wie? Oh. Oh. Alle Frauen sind. Na, pass, das werden wir erledigen, fix, da werden wir vorbeischauen, genau, genau, genau. Also, Ebene 1 mit dem Klienten, oh, das sind wir schon, Oh, das ging schnell, das ging schnell, so. Oh, die, ja, wusst, wartest du schon lange, bist du das angespannt? Gute Frage. Na, das ist schön. Ähm. Äh, wirklich? Von wo da drinnen, wenn du mich so fragst, von wo da drinnen? In dem Blüschding da, oder wie? Äh, sonst geh ich da einfach weiter, ja, ich geh da einfach weiter, ich geh da, ich geh da jetzt weiter. Nein, ich hör nur Musik. Vielleicht geht's ja noch tiefer weiter rein, in die Ebene, und deshalb vielleicht. Deshalb kann man dann vielleicht ja was hören, oder so. Weil das Gebiet ist ja auch nicht gerade so riesig. Ah, was, du nehm, das ist fix, das war mir fertig, das ist super, nice. Ah, da leih mir jetzt mal ein bisschen. Bis man ja dann doch ja auch das Ding gesang hören, also, aber na gut. Let's go, jetzt ist alle fertig. Papa, servas, und tschüss. Er hat überlebt. Fick ihn. Pass. Okay, da ist man natürlich mal nix. Ja, da müssen wir natürlich weiter in die Übernahme rein. Wir lassen da definitiv keine Mission abrennen. Allele, servus, und tschüss. Oh, er hat sich sogar gewährt, ist noch doch geil. Bombe, bombe, uiuiui. Oh. Ähm, plötzlich eine andere Ebene. Nice. Nice, nice, nice. Das ist neig jetzt. Oh, Wahnsinn. Das ist jetzt neig. Wahnsinn, also die immer nimmer von Nater. Und tschüss. No, hallo, so es können da ruhig mehr da herkommen. Ist kein Problem, also wir nehmen uns natürlich mit jener, ist eh klar. Tsch, tsch, mon. Einmal Export. Perfekt, da können wir dann dies wieder herstellen. Da haben wir schon wieder zwei neue Nachrichten. Das ging aber ein bisschen schnell. Auf der Farm hat dann das höchste Waren. Perfekt, danke, schön, gut zu wissen, gut zu wissen. Das sind wir hier haben dann halt quasi aufräumen und so. ist es jetzt ja ich weiß nicht mehr nicht dann schauen wir mal was denn vor uns das so liegen es könnte davon sind auch wenn du nicht so weit mehr weit mehr weit mehr wollte gehen erst mal ganz gechillen mal ganz weit nach vorne wir holen uns das mal perfekt und da kann das die gemäß uns am arsch gehen ich hoffe die wären freunde oder so weil wenn schon singt und so begeistert wurde von der wiese neid sonst richtige bros werden mit den anderen so definitiv werden gleich alle ganz dicke miteinander und du service gäste ich habe es nicht gehört aber ja gut war ja gut ach du scheiße und will schon kämpfen problem für uns oder kapu bläme ja genau gegen so welche wie dich kämpft auch du scheiße die spielte klammer bis ich sammeln daher okay dann heben sie hoffen es beginniert schick wird ach du scheiße ja ja ich würde schon sagen keine chance haben und tschüss namo hat er viel da haben wir gleich mal zwei auf maxi level oder wie sehe ich das da kann man doch glatt meine digitation machen halleluja das das singen ok wie sie sich die gegenseitig das erhelfen ist schon geil wenn das die man das annehmen würde na ja immerhin noch ein gutes ende na hoffen wir es mal oder du musst einfach so eine heimliche turnaufnahme von die gewann und dann spielst du es ab oder so perfekt 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 ja wir müssen ja auch schon wieder zurückkehren wir haben da er ist ein oder andere die nun ja noch weiter zum digitieren müssen wir auch noch machen also sie er muss feld perfekt 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 da auch steht doch nicht perfekt einmal ein oder zwei daumen weniger was da haben wir dann wieder an die man mehr und da mal den nur noch den typen da und sagt man dann ist der weiter der bieter ich mir dann da ankommen und so überhaupt kein problem während dessen während dessen ist es nicht so immer mehr und tschüss ach so vielleicht durchs level nur das so wenig weil wenn die dann auch wieder quasi fast vollkommen geil auf der Versorgung sind die immer noch frühstelle unter anderem Peter Morn hat super 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 na das geht flott naja da können wir richtig schon chillen da können wir richtig schon chillen dann einfach alles wenn die Farbe meine haben so viel wie es geht hat wenn es geht hat und wenn die auch die jacke warst du mir auch schon da ja mal die lab haben wir aber vorbei so einmal die bank einmal machen wir machen wir gleich die umwandlung ja aber gleich die umwandlung einmal perfekt zweimal genau frag mich ob die werte dann auch jedes mal anders sind oder ob die jedes mal quasi ungefähr gleich sind einmal die situation bei dem sagen wir das schon fix so während ja bei denen können wir das schon machen also wir nehmen uns ja bei sind sie hier cool ich bin ja trotzdem die jetzt oh ok kann man in die farm schicken so so fanbimon aha ja das zweite oder das dritte das zweite oder das dritte könnte geil werden das zweite oder das dritte könnte richtig geil sein sind wir mit dem schon fertig? ne mit dem sind wir noch lange nicht fertig die hat ja bis 30 mit dem ja voll wir aha ok ok aber trotzdem schon voll komisch wir nehmen uns den da da wissen wir auch was rauskommt dann hätte ich auch gerne mal perfekt hau 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 perfekt perfekt das unbedingt den kriegen sonst 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 können wir glaube ich eigentlich alle lassen die anderen können wir in die farm geben hatte ja sowieso fahren sind sowieso allstufe 1 ist ja der ist schon maxi zum drachen ist so ist es ich weiß ich weiß nicht dass geil sein können ich werde mal das einfach die nehmen werden einfach den der sprüche oder auch gar nicht zu die ersten zwei könnten interessant werden okay maxi level noch nicht in den in der nation max level da maxi level genau da nehmen wir uns ja perfekt den feier jesus er den feier jesus er dessen wieder eine gute frage wenn man dann nehmen würden wieder sowieso schauen wenn man dann ist nicht glaube ich nicht mehr dann trotzdem den da müssen wir ihn auf 4 zu machen der ist noch nicht fertig der ist aber schon fertig da oder nehmen sich alle muss ich den argument wissen wir sowieso bescheid also der erste könnte interessant sein der erste oder zweite sogar der zweite kann auch sehr interessant sein passt wir haben alles jetzt einmal die farm genau in die farm einmal speicher okay ja kann man ja wenigstens 10 von 10 das ist super perfekt 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 und ja so vielleicht kann man ja nicht zu jetzt unbedingt mitnehmen schauen wir noch ganz kurz was wir noch mal für haak man brauchen damit wir uns das erste nehmen gesundheit 55 das schafft man locker ja noch ganz kurz bei dem bau gar nicht mehr schauen wegen dem den bau gar nicht eigentlich noch schauen bei dem auch nicht mehr schauen wenn wir da auch schon eigentlich quasi alles haben und bei dem glaube ich war ja nicht doch nicht möglich ja wegen der stufe sonst ja dann immer sicher sowieso das erste ja da müssen wir noch lernen da müssen wir noch lernen da können wir gleich einmal wieder quasi unsere digamons austauschen dass ich ihnen das ich mal den da außer und den dann außer mit uns dann müssen wir eigentlich ja quasi schon mal wieder auf bestätigen drücken von unserer mission da werden wir dann auch gleich mal speichern dass wir quasi auch das wieder geschafft haben neuer ziel oder wie da müssen wir mal kurz vorbeischauen ok ja aber ist jetzt eigentlich jetzt auch nicht wirklich wichtig weil wir waren ja eigentlich schon davor deshalb wahrscheinlich neuer ziel oder wir müssen uns mal auslangen weil wir ja die mission geschafft haben die mpc nutzen dankeschön die hier weißt du was richtig pervers wäre wenn man ein zwei stunden gespielt hat und dann bricht das spiel ab das spiel hat einen raus das wäre so was von bitter das wäre so gemein oder das wäre gemein wenn es einfach das spiel dich raus hat das wäre nicht ohne das wäre fix nicht ohne